also also das hat ich katastrophe ja so aufheilen alle aber kann weiter so mit dem boden ja hier aber daneben ok nachladen das sieht schon relativ clean aus, müssen wir den noch wegschaffen? Schaffen? Ja Das macht mir so viel Schaden, man fickte Scheiße So, ich spawn ziemlich schnell, ziemlich gerne, ganz viele Banditen da Ok, ja dann lass gleich drauf gehen Warte, gleich Ja Tariq, ich geh bitte noch weiter vor Ja super Ja, aber drauf, haben wir drauf Sorry War schon Er wird bei mir nicht getargetet So egal, kannst mich ja heilen Ja Hat er jetzt wieder einer gespawnt? Machen wir mit ihm den Dann müssen wir erstmal alle Ratten wieder wegbolzen Hm, was machen wir auch Dann mach auch die hier auf, oder? Wollt ihr reingucken? Gucken? Okay, ja Uuuuuh Was ist denn das alles? Large Game Piece Box, okay Also ich hab grad sieben Gold und die Large Game Piece Box genommen Genau So eine Grandin war nix drin So, dann muss man in den Raum hier rausgehen Ja So, das war's dann eigentlich eh schon wieder, oder? Genau Okay, ja, wollen wir mal alles verkaufen gehen und banken und dann den bei den, bei den Banditen, bei den Syndrom Slums machen? Oh, das geht immer noch nicht Oh man, hake sich Oh man, hake sich Mach's einmal richtig, bitte Ich hab's editiert Ich hab das mit der Media jetzt eingefügt So wie du gesagt hast Im Selling Thread geht's Im Round Table geht's nicht Oh man Dann lösch halt das im Round Table einfach Warum geht das im Round Table nicht? Das macht ja gar keinen Sinn Okay Das sieht makeup bei einer Und dann schießt ihr erst ein paar weg, dann haben wir da nicht so ein Problem. bei der schätzt uns was ist denn der major bandage hinten bei denen glaube ich eine major bandage die halt halt immer 50 bis 100 oder so richtig richtig heftig das ist heftig ja das war das so ich muss dann noch mal schauen da stehen immer mehr leck mich doch ich weiß was da wieder Ich bin da hinten. Hat einer von euch Pigmeat in Tintrim? Nee, der Hackel. Zum Weight Increase. Nur gekocht ist. Das ist, glaub ich, okay, oder? Weiß nicht, wofür brauchst du's denn? Weight Gain. Natürlich. Ach so, der Hackel noch klar. Komm doch her zu mir. Wo ist du? Mein Bank. Mein Bank. Müssen wir anhandeln? Fakt okay. Warte, 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 warte. Ich muss sie schnell aus der Bank holen. Okay. Okay. Ich will mit nnen fetten Mage zusammenbasteln. Befett werden. Okay. Ja. Meine Tigron hast du auf. Dankeschön. 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 Neben Personally. Dankeschön. Das war der Kassel mit langsam und complexe des Handels. Du kannst dir ansprechen und sagen du möchtest sterben. Ne. Doch. Ja? Dann einfach mal in Essen wieder looten und dann... Genau. Oder wie? Perfect. Let's get fett. Warte mal. Komm weiter. Jo. Jo. Fuck, warte mal. Ich hab' ich jetzt verloren. Hallo. Hallo. Das hört man die Gangs auch ganz gut, ne? Hallo. Das hört man die Gangs auch ganz gut, ne? Das hört man die Gangs auch ganz gut, ne? Das hört man die Gangs auch ganz gut, ne? Das hört man die Gangs auch ganz gut, ne? Das hört man die Gangs auch ganz gut, ne? Das hört man die Gangs auch ganz gut, ne? Das hört man die Gangs auch ganz gut, ne? Das hört man die Gangs auch ganz gut, ne? Das hört man die Gangs auch ganz gut, ne? Das hört man die Gangs auch ganz gut, ne? Das hört man die Gangs auch ganz gut, ne? Das hört man die Gangs auch ganz gut, ne? Das hört man die Gangs auch ganz gut, ne? Das hört man die Gangs auch ganz gut, ne? Oh, es passt auch wieder. Ja. 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 Man kann's nicht mehr losgehen. seid ihr dann fertig oder wie lange braucht ihr noch ja wieso was brauchst du ja vorerst zocken ach so ja kann man gleich machen wir gehen noch ganz kurz noch in den hafen wobei der eigentlich viel schlechter ist als der eros grosso echt ich hab den letztens nicht mit meinem bruder so dass man abdübeln hatte deine esel um das schnell darunter zu gehen weil ich glaube zu fuß bis dahinter zu laufen ja ich lauf ach du läufst ok ich hole mal schnell eine esel bin zu faul dahinter zu laufen ja die haben den controller support hinzugefügt also verbessert irgendwas mit einem animal skinning haben sie geändert ja ich schaue also da steht irgendwas mit vor koop players you will now start at a plane crash in your own seat host will see the same cutscene in a single as in single player however client players will be able to see in front of a different angel das heißt der haus zieht das originale aus dem single player und der koop spieler der sieht dann irgendwas anderes aus einer anderen von mannensitz quasi ja ich bin ich warte hier bis ich blau bin